. Mit Fluch der Karibik haben sie es vorgemacht, jetzt nimmt Disney mal wieder eine Freizeitattraktion aus dem eigenen Park und macht einen Film daraus. Cineasten sind entsetzt, Blockbuster-Fans entzünd. Jungle Cruise startet am 29. Juli in den deutschen Kinos und nur einen Tag später für etwa 22 Euro auf Disney+. Tja, wir sind halt in einem neuen Filmzeitalter. Aber worum geht's im Film? Emily Blunt spielt eine Botanikerin, die zur Abenteuerin wird und mit ihrem Bruder in den Dschungel reist, um einen sagenumwobenen Baum zu finden. Dafür heuert sie sogar Dwayne DeRocke Johnson als Kapitän an, gejagt werden sie aber von einem verrückten deutschen Prinzen. Klingt nach einem Abenteuerfilm im Dschungel a la Indiana Jones oder Jumanji oder vielleicht sogar African Queen. Wenn ihr aber glaubt, Jungle Cruise sei ein ganz langweiliger in der 0815-Blockbuster, seid ihr auf dem falschen Dampfer. Und ich möchte euch heute erzählen, warum dieser Film so viel brisanter ist, als er zunächst den Anschein hat. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Filmkritik hier auf Cinema Strikes Back. Ich hab sie. Ah! Festhalten! Andere nicht! Jungle Cruise. Was zur Hölle ist eigentlich mit Dwayne DeRocke Johnson los? Nach Jumanji 1 und 2, nach die Reise zur geheimnisvollen Insel und Welcome to the Jungle, jetzt also Jungle Cruise. Ich bin DeRocke, holt mich hier raus. Was hat dieser Mann mit Dschungeln? Wohnt er dort? Sind das alles nur Dokumentarfilme, die das Leben von DeRocke begleiten? Jetzt also Jungle Cruise und er selbst nennt seinen neuesten Film Massive and Fun. Und damit beschreibt er ja eigentlich sich selbst. Wie ist es denn bei euch? Kriegt ihr nicht genug von Dwayne DeRocke Johnson? Falls ja, geht's euch anders als mir. Denn genau wie Johnny Depp nach Fluch der Karibik immer wieder sich selbst gespielt hat, ist das bei DeRocke meiner Meinung nach nicht anders. Chaotisch, aber liebenswürdig, schlagfertig und sarkastisch. Wurstig warm, ich glaube, ich kann ganz schön zuhauen. Und natürlich mit den dicksten Muckis. DeRocke spielt auch hier mal wieder DeRocke. Und DeRocke, der DeRocke spielt, wird in diesem Film zu DeRocke. Ein kleiner Gag für alle, die den Film bereits gesehen haben. Aber es ist, wie es ist. Die Stars dieses Films sind die Stars dieses Films. Denn nicht nur Dwayne Johnson ist der große Sympathieträger. Man bräuchte ihn nicht mal, weil Emily Blunt es schafft, den gesamten Film alleine zu tragen. Sie spielt die wackere, selbstbewusste und schlagfertige Heldin. Und man fragt sich, was kann diese Frau eigentlich nicht? Dabei ist Jungle Cruise genau auf seine beiden Titelhelden zugeschnitten. So sehr, dass Dwayne Johnson sogar mit einem Tiger wrestelt. Kein Scherz. Jetzt denkt ihr aber vielleicht auch an den Titel und das Thumbnail dieses Videos und fragt euch, ich versteh's nicht, ist jetzt einer von den beiden homosexuell oder so? Nein, aber damit kommen wir zum dritten im Bunde, Jack Whitehall. Die Nachricht hat schon während der Produktion für Furore gesorgt. Dabei gab es diese Schlagzeile in den letzten Jahren immer wieder. Desneys erste LGBTQ-Figur. Diesmal ist es wirklich die erste LGBTQ-Figur in einem großen Kinofilm. Und zwar bei einer Figur, die wirklich auch eine große Rolle spielt. Und für viele war das prinzipiell auch was Tolles. Wenn es doch ganz unterschiedliche Lebensrealitäten in unserer Gesellschaft gibt, warum sollte man LGBTQ-Themen nicht auch mal in einem Blockbuster ansprechen? Eine gewisse Sorge war aber trotzdem da. Jack Whitehall wirkte mit seinem theatralen Auftreten, das doch sehr überspitzt ist, so ein bisschen wie das laufende Klischee. Ich möchte mich für diese Figur aber stark machen. McGregor Houghton, so heißt die Figur, ist witzig und liebenswürdig und macht eine richtige Entwicklung im Film durch. Und nicht nur das, er hat einen solchen Wumms in den Armen, dass ihm selbst The Rock respektvoll zunickt, als er sich durch Gegnerhorden prügelt. Seine Sexualität mitten in dieser turbulenten Zeit des Ersten Weltkriegs spielt sogar eine große Rolle im Film. Insbesondere was die enge Beziehung zu seiner Schwester angeht. Aber eigentlich wird das Ganze auch nur in einer kurzen Szene des Films thematisiert und dort umschifft er das Thema auch so ein bisschen. Auch das wird gerne an dem Film kritisiert. Ihr merkt es schon, fragt man drei Menschen, erhält man fünf Meinungen. Obwohl Jungle Cruise wie ein altmodischer Blockbuster daherkommt, 0815, steckt eine Menge politischer Brisanz darin. Man könnte jetzt argumentieren, dass Disney kleine Schritte macht, viele beschweren sich aber sogar darüber, dass McGregor von jemandem gespielt wird, der im echten Leben heterosexuell ist. Das kann ich auf der einen Seite nicht ganz nachvollziehen, denn genau darum geht es doch beim Schauspiel, eben das zu verkörpern, was man nicht ist. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch den Konfliktstoff. Wir sprechen schließlich von einer Branche, in der Menschen in der Vergangenheit wegen ihrer sexuellen Ausrichtung diskriminiert wurden oder keinen Job erhalten haben. Da gibt es ganze Studien zu. Ganz besonders tragisch empfinde ich auch die Entscheidung Disneys, McGregor in den Trailern herauszuschneiden und kaum ein Wort sagen zu lassen, obwohl er einer der drei Haupthelden ist. Ich bin ganz ehrlich gespannt darauf, wie er in anderen Ländern wahrgenommen wird und ob er dort überhaupt in dieser Version, die ich gesehen habe, gezeigt wird und nicht vielleicht sogar umgeschnitten wird und welche Altersfreigabe er in anderen Ländern bekommen wird. Am Ende, eigentlich bin ich selber schuld. Ich sehe schon die Kommentare, warum ich denn so politisch geworden bin, seit ich bei Funk bin. Ich hätte ja diese Woche auch den meiner Meinung nach eher mittelmäßigen Thriller Old von M. Night Shyamalan besprechen können oder Guy Ritchies neuesten Film Cash Truck oder The Green Knight, einen recht anspruchsvollen Film von A24. Ich habe all diese Filme gesehen. Stattdessen habe ich mich ganz freiwillig dazu entschieden, mich in dieses politische Minenfeld zu begeben. Und für mich das Erstaunliche daran ist doch, dass es trotzdem um einen Abenteuerfilm von Disney geht, der über 200 Mio.US-Dollar gekostet hat. Ich fühle mich, als wäre ich in einem Fiebertraum oder einer Paralleldimension. Es ist schon bemerkenswert, wie viel Brisanz in einem Blockbuster heutzutage stecken kann. Und so wird ja auch noch eine andere wichtige Szene des Films kritisiert, wenn Mac Gregor eine große Gruppe weißer alter Männer beleidigt in so einer Aula und dann von einer Gruppe von Frauen ausschließlich auf der Empore Applaus bekommt. Ich kann schon verstehen, dass man das ein bisschen zu platt oder zu eindimensional findet. Ich kann auch nachvollziehen, dass man daran kritisiert, dass hier nicht miteinander diskutiert wird, sondern gegeneinander. Das ist alles politisch sehr brisant. Wie soll man das Ganze zusammenfassen? Natürlich hat Jungle Cruise erst mal nichts mit hoher Filmkunst am Hut. Es ist ein Kommerzprodukt durch und durch. Ein Indiana Jones, aber in einem Dschungel, der noch immer etwas zu fake aussieht, weil die vielen Computereffekte wie so eine Schicht aus Zuckerglasur über dem Film liegen. Selbst in den ersten Bildern des Films gibt es einen Schnitt, der unscheinbar wirkt, aber für mich ganz auffällig ist. Wenn die Computergrafik zu Realaufnahmen wechselt, da wird der Unterschied schmerzhaft deutlich. Das alles ist am Ende aber auch nur Mittel zum Zweck, denn dieser Film reiht eine Actionszene an die nächste an und man hat kaum Zeit durchzuatmen, weil selbst in den ruhigen Momenten ein Gag nach dem anderen kommt. Am Ende muss man aber sagen, die Darsteller tragen den Film. Allen voran Jesse Plemons. Ihn kennt ihr vielleicht aus Breaking Bad oder aus vielen verschiedenen großen Filmen in den letzten Jahren, wie The Irishman oder I'm Thinking of Ending Things. Der Mann macht richtig Karriere und eigentlich ist er Texaner. Ausgerechnet er spielt einen Prinzen aus dem deutschen Kaiserreich. Das ist so irre, so verrückt und so überspitzt, dass es aber wieder richtig Spaß macht. Ich hab den Film im Originalton gesehen und selbst das Deutsch, das er spricht, ist gar nicht mal so verkehrt. Das macht eine Menge Spaß. Deutsche Bösewichte scheinen wieder in Mode zu sein. Halloschen! Lange Rede, kurzer Sinn, wie ist der Film? Kriegt ihr nicht genug von Filmen wie Fluch der Karibik oder Jumanji oder Indiana Jones? Habt ihr kein Problem mit Computereffekten? Und schüttelt ihr nicht den Kopf, wenn Emily Blunt nach Tagen im Dschungel mit letzten Kräften aus dem Amazonas springt und noch immer perfekt geschminkt ist? Wenn ihr alle diese Fragen mit Ja beantworten könnt, dann ist Jungle Cruise der richtige Film für euch. Man muss aber auch sagen, der Film ist so ein bisschen belegt dafür, dass die altbekannten Drehbuchklischees noch durchaus Spaß machen können, wenn man die richtigen Ideen hat und die Gags zünden. Und das trifft ihr zu. Massive and Fun fasst es halt doch ganz gut zusammen. Daher möchte ich sechs von zehn Punkten vergeben, weil dieser Film für mich am Ende doch so viel besser war, als anfangs befürchtet. Nur tut mir einen Gefallen, holt endlich Dwayne The Rock Johnson aus dem Dschungel. Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Findet ihr es toll, dass ein großer Disney-Film endlich mal eine richtige LGBTQ-Hauptfigur hat? Oder findet ihr, dass Disney dabei einfach viel zu viel falsch gemacht hat? Seid ihr irgendwo in der Mitte? Findet ihr das alles eh irgendwie zu platt und zu politisch? Schreibt mir eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare. Aber bitte benehmt euch. Es ist wie gesagt ein politisches Minenfeld, dieses Thema. Ich verlinke euch aber auch das Video unserer Funk-Kollegen von Auf Klo. Da gibt es nämlich elf Fakten zum Thema Gender. Und ich verlinke euch eine unserer letzten Kritiken zum Pixar-Film Luca. Da ging es überraschenderweise um eine ganz ähnliche Thematik. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert Cinema Strikes Back, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Bis zum nächsten Mal mit mir, dem Alper. Bis zum nächsten Mal. U 1988 Uhadow U Untertitelung des ZDF, 2020